Pechkeks, Pechkeks, ich raste aus, ey, die Idee ist mir der Hammer, ich habe die letztes Jahr auch schon gekauft, tatsächlich, ich kenne die schon vom letzten Jahr, also die sind echt geil, die muss ich euch unbedingt machen, die kosten zwar 1,50, nee, 1 Euro, die kosten 1,25 Euro, aber ich finde die Idee und ich finde den Preis auch gar nicht mehr so schlecht, meine Freunde, ja, ja, also der Preis ist aufgeben an der Ordnung, meine Freunde, ja, also, ist okay, okay, vielen Dank, also der Preis ist okay, und ich weiß, vielleicht ist es für den einen oder anderen teuer, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen zu teuer, für 1,25 Euro, aber für mich ist es auf jeden Fall, weil es ist ja auch ein Pechkeks, und es ist halt ein Pechkeks, und es ist halt einfach der Knaller, ist einfach ein Knaller, ist einfach ein Knaller gemacht, ist einfach ein geiler Scheiß, einfach ohne Witz, und dann würde ich sagen, ja, ein Pechkeks kann man sich auch kaufen, meine Freunde, ist echt geil gemacht, ohne Witz, ist es einfach so eine gute Idee, einfach, deswegen, habe ich mir halt auch gedacht, meine Freunde, deswegen habe ich auch einfach ihn gekauft, und die Kiste, liegt einfach extrem krass, die hat zum Beispiel nur 1 Euro Kostet, die hat nämlich erst 3 Euro Kostet, und dann kostet sie nur 3, also, nee, die hat früher 3 Euro Kostet, aber jetzt kostet sie nur 5,9 Cent, deswegen, ist halt ein Mangel, also, ist extrem krass, kann man auch nicht so sagen, echt geil, kann man nicht erst so sagen, aber gut, alles okay, kann man echt, kann man echt nicht so sagen, kann man nicht so sagen, kann man nicht so sagen, ist auch echt cool, Party Halloween, auch echt, auch echt, auch extrem geil, ohne Witz, Halloween, Halloween, so, extrem geil, ich bin da auf jeden Fall sehr gefrieden mit, meine Freunde, okay, als nächstes haben wir, auch was extrem geiles, meine Freunde, was ich nur extra geil finde, wir haben, extrem geile, ja, kennt ihr Dickmanns, das sind, das sind Dickmanns, in einer neuen Sorte, nämlich in einer ganz normalen, Ne, nicht in einer ganz normalen, neuen Konversion, nämlich mit einer ganz normalen, neuen Konversion, extra wurde es verliehen, entwickelt, meine Freunde, nämlich Top Coast Halloween mit fucking Schaum, 16, also, 16 Schaumkostet, ich habe dafür 1,60 Euro bezahlt, für 1,60 Euro kann man das, das kann man sich kaufen, das ist so billig, da sind, also, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Schaumkostet, man kann sagen, das sind Dickmanns, mit leckerer, ja, ganz normaler, Schaumware, aber, das ist nicht nur was ganz normales, das ist nämlich, Schaumküsse, also, ganz normale, weiße Füllung, die halt, ich hab's auch noch, ich hab's auch noch, ich hab's auch noch, eine ganz normale, also, ein ganz normalen Schaumkuss hier, der halt weiß ist, nur mit, er ist die weiß, aber ist halt, er ist halt die Lila, also, ist halt die Schaummasse, halt bis mit, Blaubeer, oder mit, Heidelbeer, Füllung, Schaumfüllung, ja, inspiriert, also, ist halt so eine Art, geiler, Schaumkuss, Heidelbeer, Geschmack, also, das wird, es wird sehr ließen Spaß, für jede Helpingpartie, ohne Witz, das wird echt, schon geil, ohne Witz, das wird sehr, sehr geil, also, ohne Witz, die Spaß des Lebens, danke schön, ja, ich bin ein bisschen langsam heute, weil, bei diesen ganzen Kommentations, auch bei diesen ganzen Kommentieren, aber, egal, ich hab's trotzdem mal Spaß, meine Freundin, ich würd sagen, man ist ja, nee, nicht man ist mal meine Freundin, nicht man ist mal, ähm, jetzt machen wir weiter mit den nächsten, Ding, was ich noch gut habe, meine Spaß, nämlich, 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 nein, die hab ich nicht gekauft, aber ist egal, ich habe noch, das hab ich braucht, das hier, genau, ich habe mir einen Dekospin gekauft, die Dekospin ist aber jetzt nicht da, also, ich hab mir jetzt noch andere gekauft, aber ist egal, dann, jetzt, dann dann